UNTERTITELUNG Ich bringe Sie zum Krankenhaus. Da ist mein Wagen. Der Mensch sah ja wie ein Teufel aus. Der Karl ist um das Haus gelaufen. Wir werden... Nein, bleiben Sie hier. Das ist viel zu gefährlich. Ich werde sofort die Polizei verständigen. Notar Jolie, erlauben Sie, dass ich mal bei Ihnen telefoniere. Es ist sehr wichtig. Aber selbstverständlich. Sehr liebenswürdig. Hallo, bitte Kommissar Ladeau. Kommissar Ladeau, hier spricht Notar Jolie. Kommen Sie sofort zu Dr. Severin. Opal ist bei Ihnen. Opal? Wissen Sie das genau? Bitte machen Sie Folgendes. Wenn Cordellier auch kommen sollte, lassen Sie ihn auf keinen Fall zu Severin rauf. Ja, es ist in seinem Interesse, damit er nicht in einen neuen Skandal verwickelt wird. Wir sind in ein paar Minuten da. Gut. Also los. Meinen besten Dank. Was fällt Ihnen ein? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Sind Sie angemeldet? Ihr Chef wird mich empfangen, wenn Sie ihm sagen, es handelt sich um Dr. Cordellier.